Das Teppichwaschcenter Grebe steht für Sauberkeit und Service. Wir waschen Ihren Teppich mit schonenden Spezialseifen, spülen ihn mit klarem Wasser und trocknen ihn mit warmer Luft. Auch bieten wir einen Abhol- und Bringservice. Darüber hinaus bieten wir Teppichreparaturen an. Unser Team berät Sie gerne und steht Ihnen mit fachlicher Kompetenz zur Seite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017